Hey Leute, richtig geile Nachrichten! Und zwar, mir wurde eine richtig coole Lobby eingesendet, die ist wirklich extrem heftig. Dankeschön nochmal an Doofystroh und DulliTV, dass ihr diese geile Map eingesendet habt. Die ist wirklich wahrscheinlich eine der besten Maps auf meinem kompletten Kanal. Die zählt auf jeden Fall darunter. Und natürlich, wenn euch dieses Video gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, würde mich richtig doll freuen. Und wenn ihr gerne Maps und Downloaden, Bautotals und natürlich auch Baulive-Streams ansehen möchtet, dann lasst auch gerne ein Abo da. Im ersten Link in der Videobeschreibung habe ich euch meine Lieblings-Plays verlinkt, wo ich ca. 50 Lobbys, die auf meinem Kanal oben sind, auch zum Downloaden habe. Also checkt die auch gerne aus, sonst genießt die schöne Sematic-Form bei Krenix. Dankeschön nochmal, dass ihr erstellt. Und jetzt geht's los! Musik 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.